Das ist mal wieder euer RebornXHD, Willkommen zu einem neuen Pack Opening Video hier von FIFA 14 Und ja, ich habe noch dabei, hier im TS, den Neox und den Tobi, den Tobi, ei Tobi, Topsin Alles klar, ohne dass es geht, hier ist der Topsin Hallo Ja, so, ich hatte mir für 20 Euro Points geholt, habe gerade schon ein paar Päckchen gezogen Nicht unbedingt das Beste, aber ich hatte ein Pro Goldstein dabei, was mich schon etwas gefreut hat Aber, naja, ich hoffe, das lässt sich steigern, ansonsten wäre es ein bisschen schade Dann hoffen wir mal, dass du Glück hast Ja Ja, oh Erstes Pack im Pack Opening und Merci drauf Komm schon, bitte, 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 bitte Ach, Fick Lecker Ja Jesus, da, man Nein Okay, na, ich habe gedacht, Jesus, na was, also Jesus, na was, wäre ja fett was wert gewesen Ja Hätte so ein anderer Jesus gezogen, wäre geiler gewesen Ist der Chemiestil Dead Ipe was wert? Das muss ich gleich nachgucken Guck mal eben schnell Ja, warte, ich kann das auch machen, dann langweilter es vielleicht Warst du ein Chemiestil? Ja, 100, würde ich sagen Warst du nochmal Chemiestil? Ja, da kannst du doch, ähm, auf die Spieler packen, dann haben die extra Werte auf der und der, also dann haben die extra Fähigkeiten Ich habe einen Kolumbianer schon Stürmer gezogen, mit 85 Fays Wie heißt er? Ach, ein paar Verträge, äh, paar Bord Ja, okay Und ich glaube noch ein, warte, uh, noch so ein Faysiger Ähm, Spartak Mosk, naja, das ist Armenien, kommt da nicht Mikitirian auf? Ähm, ja, Mikitirian, das kommt drauf aus Mikitirian, sag mal, Mikitirian Ja, der kommt auch, ah, ja Alles am Verein zu mir Immerhin ist es ein Zeichen, dass es noch besser werden kann Was auch hoffentlich passiert Boah, ich bin irgendwie voll nervös jetzt gerade dabei Ich hoffe, wie geht's auch Das wird schon Adler, Adler Geil, den brauch ich für mein Team Das ist doch geil Yo Das ist geil Geile Sache Und dann hab ich noch Chemiestil, äh, Sensionell Dann guck mal, wo der Seite ist, genau Ich weiß auch nicht, was das bringt Finde ich scheiße gemacht bei FIFA, dass man irgendwie nicht gucken kann, was die Chemiestile bringen Zumindest, äh, so einzeln Ja Na ja, du kannst das ja jetzt googlen Google ist mein Freund Aber Adler, Adler ist geil Ja, natürlich, Google ist mein Freund Da guck ich das ja auch nach, aber trotzdem, wenn wir in FIFA mal einbohren sollen Tobi, bist du schon in der GTA Lobby drin? Ja, natürlich Ey, ich hab linker Verteidiger zu linker Außen Verteidiger Das ist ja auch echt so geil Ja, das ist unnötig Und so hast du auf eine Art ja auch die Chance, was besseres zu ziehen Ja, genau, richtig Aber allerdings kannst du auch nur total Müll ziehen Irgendwie machen Packs richtig süchtig, das ist so geil, das ist so ein Adrenalinkick Boah, was ziehst du jetzt? Das ist halt FIFA Lotterie könnte man es nennen Ja Oh ja, Yanni, was Rapper Oh, ja Ich pack meine Skills hier aus Ja, Mann So wie Mete, ne? Echt? Oh, du fährst vor mir weg Ja, du fährst, du bist vor mir weggefahren, ne? Vieler Austausch, mein Freund Wann bleib ich jetzt ja auf der Autobahn Klingel Adler So, die Chemie hat sich nicht verändert, ich hatte auch davor schon 100 Und ja, für die Leute, die mein Team nicht kennen, da seht ihr immer wie es aussieht Und jetzt werden wir in der Packs gezogen, hoffentlich mit Erfolg Aber was Gutes, was richtig Gutes für dich Adler ist schon geil, aber ich will was richtig Gutes Oh ja, zum Beispiel so'n Garret Bale oder Messi Ja, der wär ganz in Ordnung, der wär ganz in Ordnung Ach, yo, oder so'n Rubberie oder so, das passt schon Ja, von Monaco ist das ja Ja, von Monaco ist das ja Ja, das ist doch Erik Abidal spielt Er spielt Monaco Oder was ist das? Monaco Monaco, meine ich Hä, hat Abidal nicht mal bei Barca gespielt? Naja, der ist zu Monaco gewechselt, ist ja jetzt Kapitän, aber ist bei FIFA nicht mehr Ja, der hat doch nicht gerade die Bombe im Stats, würd ich mal sagen Ja, der war letztes Jahr ein Ultimate 62 Tempo, ne? 64 64 64 Ja, letztes Jahr ein Ultimate war da auch nicht so viel wert, den hatte ich mir zu Startzeiten geholt ZDM zu ZM, das ist aber was wert, soweit ich weiß Ja, das ist sehr viel wert, das 5,000 5,000 5,000, ja ne Ungefähr Ok, das ist dann gut Das ist gut Also, zuletzt hab ich geguckt, da waren es irgendwie 4,5, 5,000 So Ja, so Hoffentlich komm schon Alt razine Natürlich, guck mir, wenn ich hier auf einer Hand los, so Okay Caballet Ach, naja Caballet ist glaub ich auch nicht viel wert Mal gucken ok 2500 sehe ich hier gerade wie noch welche und da hat El Patreo von A da unten steht meine große Liebe und Spaß ja wie soll ich da nicht hochkommen naja so Victor, brasilianischer Torwart Quereiro Verträge, Wapp, ey das Wappen von Intermeiland ist bestimmt nicht viel wert oder? na das weiß ich nicht ich mein ich hab eh das schönste Wappen von daher interessiert es mich nicht 2,4 natürlich jaa weißt du nicht dem alter ich natürlich auch oben links FC Bayern FC Bayern so ich hab mal Auto für uns ich hab grad bei dem Bullen ja auch lol Promo Packs Promo Packs warte nicht warte was warte mal Promo Packs gibt's ja und ja 12 bis bis